Hallo zusammen, das ist die legendäre Rennstrecke von Le Mans. Wir sind hier vor der siebten Runde der Gutier 4 European Truck Racing Championship. Jeder kennt diesen Namen, der Lokal Matador, Theo Calvé. Alle Teams nutzen den nachhaltigen HVO Diesel, natürlich auch Theo Calvé. Aber der Druck ist bei dir, Theo, nicht wahr? Dieses Wochenende haben wir ein bisschen Druck, weil es ist mein Heimrennen. Die ganzen französischen Teams sind hier. Und ich bin der einzige französische Fahrer in der Europameisterschaft. Ich denke, es wird interessant. Ich schaue nach vorne und ich kann morgen kaum erwarten. Es ist ein harter Kampf zwischen den ersten Dreien der Wertung des Promotors Cup. Shane Brereton, Theo Calvé und natürlich auch Jamie Anderson. Und ja, sie brauchen diese großen Jungs hier. Der Wettbewerb ist sehr hart zwischen den Jungs vorne. Mit Jamie und Shane ist es sehr eng. In jedem Rennen sind wir so eng beieinander. Wirklich große Kämpfe. Aber ich werde mein Bestes tun, den Promotors Cup in diesem Jahr zu gewinnen. Also, bitte einschalten für dieses Live-Event. Das Fahrerlager ist bereit. Bist du es auch? Das 25. Rennen der Saison und das erste Rennen an diesem Rennwochenende in Le Mans. Sieht das Feld am Pokal vorbeiziehen, den es hier insgesamt zu gewinnen gibt an dieser legendären Rennstrecke. Und es sieht vor allen Dingen in der ersten Reihe auch Norbert Kisch und Sascha Lenz. Der Start ist eröffnet. Und da ist natürlich immer die Frage, wer hat den besseren Start? Es geht durch die Dunlop-Kurve auf die erste Schikane zu, auf die Dunlop-Schikane. Und Sascha Lenz kann das Tempo von Norbert Kisch mitgehen, ist neben ihm. Dann muss er aber in der Linkskurve ein wenig zurückstecken. Und das ist der Moment, den Norbert Kisch nutzt, um nach vorne zu fahren und sich an die führende Position zu setzen. Hinter Sascha Lenz, Antonio Albacete und Jochen Hahn versucht direkt in diesem ersten Abschnitt Adam Latzko zu überholen. Währenddessen André Cosim alle Chancen auf eine gute Platzierung in diesem ersten Rennen im Kies vergräbt. Kisch, Lenz, Albacete, Hahn, Adam Latzko. Das die Führenden, die relativ dicht hintereinander sind. Währenddessen Norbert Kisch natürlich an diesem Wochenende auf der Mission ist, seinen im letzten Jahr errungenen Europameistertitel zu verteidigen. Und auch Steffen Faas wird kurz in eine Kollision verwickelt und muss in den Kies. Auch er ganz am Ende des Feldes. Jamie Anderson in den letzten Wochen überaus stark mit seinem MAN, knabbert an Theo Calvé. Und da sind wir bei dem Kampf um den Sieg im Promotors Cup in diesem Jahr. Jeder Punkt zählt und Jamie Anderson versucht natürlich jetzt hier Theo Calvé zu überholen, um mehr Punkte zu erhalten. Und somit den Führenden etwas dichter herankommen zu lassen. Heinrich Clemens Hecker gegen Steffen Faas und vor ihm Steffi Halm im Schwabentrack Iveco. Sie führt einen Viererzug an, dessen Ende von John Neville gebildet wird. Die Startnummer 18, er ist Race by Race driver hier in Le Mans. Und Heinrich Clemens Hecker im engen Kampf mit Steffi Halm und das wird noch Folgen haben. Denn da war es dann doch sehr optimistisch, was Heinrich Clemens Hecker gemacht hat. Steffi Halm geht heraus, Hecker kann weiterfahren, auch Steffi Halm fährt weiter, stellt aber letztendlich den weitwunden Iveco in der Box ab, um nicht noch mehr kaputt zu machen und um den Mechanikern die Möglichkeit zu geben, das Auto für das zweite Rennen wieder herzurichten. Norbert Kich zieht derweil seine Bahn und sieht auch in diesem ersten Rennen in Le Mans als erster das schwarz-weiß karierte Tuch. Ein weiterer Sieg in der Saison für Norbert Kich. Sascha Lenz wird zweiter, Antonio Albacete stellt den T-Sport Bernau MAN auf den dritten Platz. Und ja, Jochen Hahn wird vierter, Norbert Kich freut sich und es ist ein großer Schritt in Richtung Titelverteidigung. Wie war das Rennen für dich? Du sagst immer, dass die erste Schikane besonders interessant ist. Ja, nach dem Start waren Sascha und ich nebeneinander. Den Hügel runter war Sascha auf der Innenseite, ein wenig vorne, aber die nächste Kurve war dann mir, da die Pole auf der linken Seite ist. Ich konnte ein bisschen später bremsen, war schneller in der Schikane und bin dann in Führung gegangen. Ich war konzentriert, meine Punkte zu erreichen und die Pace zu gehen und ein bisschen Abstand herzustellen. Hat funktioniert, ich bin glücklich. Glücklich ist er auch auf dem Siegerpodest zusammen mit Sascha Lenz und Antonio Albacete. Auch für Antonio Albacete ein gelungener Auftakt des Wochenendes. Dritter Platz. Er hatte ja viele Dinge, die schwierig waren in dieser Saison bisher und heute diesen Podiumsplatz. Wir schauen auf die Resultate. Norbert Kich, Sascha Lenz, Antonio Albacete auf den ersten drei. Dann Jochen Hahn am Latzko und Jamie Anderson auf den Plätzen vier bis sechs. Die weiteren Ergebnisse schaut ihr euch bitte an. Stefanie Hall musste das Rennen aufgeben. Wir haben darüber gesprochen, Fahrzeug muss repariert werden. André Korsim, glücklicher Polsetter. Aber am Ende ist es doch egal, wie man hierher gekommen ist, oder? Finally, it doesn't matter how you get to the pole, isn't it? Ja, ist es. Jose hat eine Strafe bekommen und wir sind in Pole Position im zweiten Rennen. Ich hoffe, wir können ein schönes Podium machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und dann wollen wir uns mal anschauen, ob André Korsim seinen Wunsch dann auch erfüllen kann und aus der Pole Position vielleicht einen Podiumsplatz erzielen kann. Er und Theo Calvé bilden die erste Reihe im Reverse-Krit im zweiten Rennen. Und Norbert Kich startet natürlich nach seinem Sieg in Rennen eins von der achten Position. Und gleich am Start wird es etwas rubbelig. Shane Brereton geht gegen Steffen Faas, aber nichts passiert. Theo Calvé kann allerdings André Korsim in der Anfahrt auf die Dunlop-Schikane ausbeschleunigen. Und übernimmt die Führung. Sascha Lenz geht auf den Kies für ihn. Sehr, sehr schwierig. Er muss den M1 erstmal wieder stoppen. Und Albacete und Lazko ebenfalls im Infight. Steffi Hahn kommt vorbei, aber für Antonio Albacete war das das Aus im zweiten Rennen. Nach seinem dritten Platz in Rennen eins. Theo Calvé, André Korsim und dann der starke Jamie Anderson, der direkt versucht, an André Korsim vorbeizukommen, um am führenden im Promotors-Cup an Theo Calvé dran zu bleiben. Norbert Kich hat das ganze Startgerangel genutzt, hat sich auf die vierte Position gestellt. Und Fabian Calvé rechts hier schaut natürlich ganz genau hin und hört auch im Funk ganz genau hin, was dein Sohn macht. Gelingt es ihm hier im heimischen Le Mans einen Sieg im Hauptrennen zu erfahren? Dann schöner könnte es für die zahlreich angereisten Fans nicht sein. Jamie Anderson setzt sich durch. Ganz leichte Berührung mit André Korsim und Norbert Kich versucht natürlich die Gunst der Minute zu nutzen und an Jamie Anderson vorbeizugehen. Jochen Hahn kämpft mit Steffen Faas, der ebenfalls Nutznießer dieser Startkollisionen war, kann sich aber letztendlich im Augenblick gegen den Tankpool 24-Piloten nicht durchsetzen. Jamie Anderson links neben Theo Calvé. Kann der Brite hier vorbeiziehen oder ist es Norbert Kich, der der lachende Dritte ist? Wir sehen es, Calvé verteidigt und Jamie Anderson verteidigt ebenfalls seine zweite Position, bleibt länger auf dem Gas, kann aber nur den weiteren Weg wählen und Theo Calvé bleibt in Führung. Auch Norbert Kich versucht es von links und auch von rechts, ist jetzt neben Jamie Anderson. Aber auch hier ist der Weg in dieser Linkskurve deutlich zu weit. Calvé kann sich durch die Kämpfe von Kich und Anderson etwas absetzen, aber der Druck ist immer noch sehr, sehr hoch. Sehen wir hier Jamie Anderson fast an der Stoßstange und der selbst muss ja auch in den Rückspiegel oder vielleicht auch ins Seitenfenster schauen. Da kommt nämlich Norbert Kich und möchte ihn gerne diesen zweiten Platz streitig machen. Das gelingt im Augenblick noch nicht. Calvé verteidigt mit allem, was er hat. Er möchte hier den Bagheera Freitleiner als erster über die legendäre Start- und Ziellinie in Le Mans steuern. Und jetzt hat er ein bisschen Abstand nehmen können. Kich versucht Jamie Anderson immer noch zu überholen, bleibt bis zum Ende dran. Und in der vorletzten Kurve schafft es der Europameister dann. Er kann sich auf die zweite Position setzen, aber Sieg für Theo Calvé. Zu Hause sensationell für Bagheera, sensationell für Theo Calvé. Den einzigen Franzosen in der Europameisterschaft. Und natürlich übermannen jetzt die Emotionen Theo Calvé. Auch Papa Fabien herzt ihn nach diesem Sieg. Ich habe keine Worte. Es ist unglaublich für die ganze Crew. Es ist toll. Ich bin so glücklich. Ich habe ein gutes Rennen gemacht. Es war so hart. Ich musste ein wenig kämpfen. Ich habe es gehalten und gewonnen. Ich bin so glücklich. Was für ein Gefühl für Theo Calvé, vor 50.000 Zuschauern hier den Sieg erzielt zu haben. 1,3 Sekunden von Norbert Kisch. Jamie Anderson letztendlich auf Platz 3. Jochen Hahn kann sich auf die vierte Position schieben. Adam Lazko, André Cosimo und Sascha Lenz auf den Plätzen. 5 bis 7. Lenz hat sich von hinten noch auf diese siebte Position nach vorne gefahren. Shane Burden auf der Elf. Antonio Albacete musste leider das Rennen zu Beginn nach dieser Kollision mit Adam Lazko aufgeben. Es ist ein fantastisches Wochenende hier in Le Mans. Und das mündet auch in einer nächtlichen Lkw-Parade mit den Showtrucks, mit den Lichtern. 70.000 Fans sind am gesamten Wochenende hier und feiern den Trucksport auch mit einem großen Bodenfeuerwerk. Und wir schauen uns natürlich jetzt auch mal an, was der Sonntag noch so parat hat. Matchball für Norbert Kisch. Pole Position nach seiner 13. Superpole. Neben ihm Jochen Hahn. Und Jochen Hahn ist im Prinzip der Einzige, der ihn noch vom neuerlichen Europameistertitel abhalten kann. Dafür muss ihm aber der Start gelingen. Wir sehen, Norbert Kisch hat stehende Räder. Jochen Hahn kommt deutlich besser weg als der amtierende Europameister. Kann sich in die führende Position setzen. Dahinter ist es wieder Jamie Anderson, der diesen dritten Platz inne hat. Der gibt wirklich auch alles, um im Promotus Cup an Theo Calvé heranzukommen. Hahn hat die Schikane für sich entschieden. Kisch auf zwei, Anderson auf drei. Und dann haben wir diese Reihung auch in der Abfahrt auf La Chapelle. Wir sehen Heinrich Clemens Hecker und John Newell im Infight. Hecker kann weiterfahren. Newell zunächst im Kies, aber auch er setzt dann die Fahrt fort. Und Jochen Hahn steht unter enormem Druck. Der Start Nummer eins. Und ja, der sechsfache Europameister, er hat die Erfahrung, er kann diesem Druck standhalten. Es wäre nicht das erste Rennen, das er von vorne gewinnen würde, auch mit Druck. Aber Norbert Kisch gibt natürlich nicht auf. Auch dieser zweite Platz würde ihm reichen, seinen Titel zu verteidigen. Er greift aber jetzt Jochen Hahn an außen. Das geht nicht. Der Knopf Bremse-Iveco bleibt weiter in Führung. Das übrige Feld hat sich sortiert. Und jetzt kommt Norbert Kisch. Mit einem kleinen Fehler hat ihm Jochen Hahn die Tür aufgemacht. Und Kisch geht in Führung, setzt sich an die Spitze. Hahn versucht nochmal zu kontern. Aber letztendlich sagt der sechsfache Europameister, okay, dann lasse ich ihn fahren. Fahr du dein Rennen, ich fahre mein Rennen. Das waren die Worte von Jochen Hahn nach dem Rennen. Jamie Anderson auf der dritten Position. Wieder ein Podestplatz für den Briten? Adam Latzko hat da etwas dagegen. Und Sascha Lenz natürlich auch. Der muss auch nach vorne. Für ihn gilt es, den Kampf um den Vize-Europameister-Titel aufrecht zu erhalten. Deshalb darf er in diesem Rennen 3 nicht zu viele Punkte auf seinen größten Widersacher auf den momentan Tabellenzweiten, Jochen Hahn, verlieren. Und Norbert Kisch setzt sich ab. Mit Riesenschritten auf dem Weg zum vierten Europameister-Titel 2015, 2016, 2021 und jetzt auch 2022. Ist er der Europameister der Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Norbert Kisch und das Revesch-Team. Und die Jungs sind natürlich mega glücklich über diesen Sieg und die vorzeitige Europameisterschaft. Und da gibt es natürlich auch ein langes Küsschen. Du hast es wieder gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wie wir haben es wieder gemacht. Mit diesen Jungs. Ja, es ist der Job. Aber was sie gemacht haben, das ist fantastisch. Und das macht meinen Job natürlich leichter. Danke sehr. Und ja, Reves Racing hat einen fantastischen Job gemacht. Ein super Auto hingestellt, das auf jeder Strecke funktioniert hat. Wir wurden immer schneller und ich wünsche, ich hätte nicht solche Fehler gemacht wie heute hier am Start. Aber ich bin zurückgekommen, hab den Titel gewonnen. Ich bin glücklich für das Team Reves Racing und alle, die beteiligt waren. Unser Eigner, Mr. Balint Reves, der uns unterstützt hat und für die ganze Reves-Familie. Ich bin froh, mit diesen Farben antreten zu können. Ich bin sehr glücklich über die Meisterschaft. Und das Championship Race für Norbert Kirsch nochmal im Überblick. Vierter Europameisterschaftstitel. Jochen Hahn letztendlich 8,5 Sekunden hinter dem alten und neuen Europameister. Das war das Meisterstück des Ungarn hier in Limo. Das war das Meisterstück des Ungarn hier in Limo. Das letzte Rennen dieses Wochenende eine gute Chance, noch einmal das Podium zu erreichen. Wie aufgeregt bist du vor diesem letzten Rennen auf deinem heimischen Boden? Ja, wie du gesagt hast, es ist das letzte Rennen hier in Frankreich für dieses Jahr. Ich gebe mein Bestes und würde es gerne wieder so machen wie gestern. Ich bin super aufgeregt für das Rennen. Gestern war fantastisch und ich hoffe, das wird heute wieder so. Dann wollen wir uns das mal anschauen, ob es Theo Calvé gelingt, sein zweites Rennen vor heimischem Publikum zu gewinnen. Die Voraussetzungen sind gut. Er steht neben dem Polesetter Shane Brereton in der ersten Reihe. Brereton in Rennen 3 auf der 8. Calvé auf der 7. Position. Und so geht man dann aus der Formation Lab raus auf die Strecke. 11 Runden auch hier in diesem Rennen zu fahren. Wer hat den besseren Start? Kann Theo Calvé, Shane Brereton bereits am Beginn dieses Rennens typieren? Oder ist es der Brite, der 53-Jährige vom Apollo Tires Tor-Trakt-Team, der hier das bessere Ende zu Beginn für sich hat? Es sieht so aus. Brereton hat einen guten Start und geht mit etwa der Wagenlänge in Führung liegend in die Schikane. Alles läuft gut. Sascha Lenz versucht direkt Plätze gut zu machen, sieht sich aber Antonio Albastete gegenüber, der wiederum versucht Sascha Lenz von der 3. Position zu verdrängen. Und auch Jamie Anderson, so wie man ihn an diesem Wochenende wieder gekannt hat, auf dem Weg nach vorne, wird hier ein wenig rausgedrückt, muss lupfen und verliert dadurch einen Platz. Lenz versucht jetzt Albastete im Zaum zu halten. Das gelingt ihm, er kann die 3. Position behalten. Und die Kornermarker, das sind die Plastikstangen, die immer mal wieder eingesetzt werden, weil man die hier auch schon mal umfährt. So wie es Rossi Rodríguez gerade getan hat. Rennen hat sich sortiert. Norbert Kich im Gedanken, den Europameisterschaftstitel verteidigt zu haben, trotzdem angriffig. Er möchte hier an Adam Lazko und an Antonio Albastete vorbei, gelingt ihm aber erstmal nicht. Währenddessen Sascha Lenz von links und von rechts versucht, den Franzosen, den 21-jährigen Theo Calvé, hier von der 2. Position zu verdrängen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für Shane Brereton. Wenn 2 sich streiten, so wie hier Calvé und Lenz, dann freut sich in dem Fall der 1. Nächste, nämlich Shane Brereton, der den Abstand zum Verfolgerfeld immer weiter im Laufe des Rennens ausbauen kann. Norbert Kich gegen den T-Sport-Bernau MAN von Antonio Albastete kann sich durchsetzen, ist einen Platz nach vorne gekommen. Position 4. Jetzt und jetzt muss natürlich auch Sascha Lenz in den Rückspiegel schauen, wenn der Europameister hinter ihm versucht, noch in diesem letzten Rennen aufs Podest zu kommen. Calvé wieder unter Druck, diesmal nicht in Führung liegend, sondern an 2. Position, aber der Druck ist schon gigantisch. Sascha Lenz, Norbert Kich, Antonio Albastete, Namen, die diesem jungen Franzosen keine Angst einjagen, aber Respekt und den hat er und deswegen fährt er hier auch mal ein bisschen Kampflinie, damit Sascha Lenz nicht die Gunst der Stunde nutzen kann und eine Lücke zum Vorteil nutzen kann. Lenz jetzt unter Druck von Norbert Kich. Auch Albastete ist wieder dran, aber Shane Brereton gewinnt, Calvé wird 2. und Sascha Lenz kommt mit seinem 2. Podium an diesem Wochenende auf die 3. Position. Shane Brereton mit seinem insgesamt 3. Sieg in seiner Europameisterschaftskarriere. Das war ein schönes Erfolgserlebnis für Shane Brereton und das Team, die auch in den letzten Wochen richtig Probleme hatten und das feiert man natürlich bei den Briten. Wie stolz und glücklich bist du nach diesem Sieg. Ja, es ist klasse. Ich habe ein Problem gehabt, aber ich war vorne und konnte es genießen. Es war gut. Ich hatte ein paar Reifenprobleme, aber das konnte ich kontrollieren stetig bis zum Schluss. Theo war ganz Gentleman am Start, der blieb neben mir und dann hinter mir. Von dem Kampf hinten habe ich nicht viel mitbekommen, aber als wir die gerade runtergekommen sind, da habe ich das auf dem großen Bildschirm gesehen. Ich konnte stetig wegfahren, alles in Ordnung. Ja, Shane Brereton mit seinem 3. Sieg. Theo Calvé wieder Podium und auch Jamie Anderson hat nochmal den 3. Platz belegt. Nach den offiziellen Fotos kommen wir dann nochmal kurz zu den Resultaten des 4. Rennens. Shane Brereton, Theo Calvé, Sascha Lenz, der neue Europameister Norbert Kisch auf der 4. Position. Adam Latzkow auf 7, Jochen Hahn letztendlich auf der 8. Position. Und auch Steffi Halm konnte sich dann noch auf die 9 verbessern. In der Meisterschaft. 359 Punkte für Norbert Kisch. Europameister Jochen Hahn auf der 2. Er hat 12 Punkte Vorsprung auf Sascha Lenz. Und im Promotors Cup Theo Calvé, Jamie Anderson und Shane Brereton in Jarama geht es um den Promotors Cup zwischen Theo Calvé und Jamie Anderson. Es war ein Wochenende der Superlative hier in Le Mans, aber es geht schon weiter. Back to back. Es geht sofort runter nach Spanien, nach Jarama. Dort ist das nächste Rennen und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Tragsport at its best in Jarama am 1. und 2. Oktober. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020